Zu viele Meetings oder zu wenig Zeit? Jedes Treffen nimmt Ihnen Zeit und weil Zeit gelb ist, kostet sie auch. Mit dem iMeeting Meter könnten Sie die Kosten, die jeder Teilnehmer bei einem Meeting verursacht, schnell ausrechnen und behalten Sie dies im Auge. Die Teilnehmer eines Meetings lassen sich in zwei Gruppen aufteilen. Junior und Senior und die Kosten lassen sich für jeden Teilnehmer pro Stunde ermitteln. Auch der Ort des Treffens lässt sich entweder manuell oder über die Kartensuche eingeben. Was bietet Ihnen iMeeting Meter? Drei verschiedene Meetingsansichten. Im Porträtmodus Dauer des Meetings, Anzahl der Teilnehmer, Gesamtkosten, Kosten für Senior Teilnehmer, Kosten für Junior Teilnehmer. Auf der rechten Seite im Landscape Modus Gesamtkosten des Meetings. Auf der linken Seite im Landscape Modus Dauer des Meetings. Bis zu 50 Senior oder Junior Teilnehmer und ihre Gagen. Suche des Ortes für das Meeting. Auswahl der Währung. Meeting anhalten und fortsetzen. Alle Meetings auflisten. Automatisches Speichern nach Programmende oder bei einem eingehenden Anruf. Englische und deutsche Sprachversionen. Hilfe Funktion, die sich über den Einstellungen ein- und beziehungsweise ausschalten lässt. iMeeting Meter ist für iPhone, iPod Touch, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 und iPhone 4S geeignet. Besuchen Sie bitte unsere Webseite www.eMeetingMeter.com. Die 5 Sterne Bewertungen helfen der Entwicklung der Anwendung. Für Kommentare und Empfehlungen besuchen Sie unsere Webseite oder besuchen Sie uns auf Facebook.